Und hey Leute, schon als Ernsthaft zum nächsten Video auf meinem Kanal. Und ja Freunde, hier ist auch noch ein anderer Spieler dabei. Ähm, Freunde, das ist einer von euch. Genau hier, Freunde. Der, der vielleicht gerade das Video sieht, könnte einer von euch das sein. Ja, Freunde. Und deswegen, ihr könnt alle mit mir spielen, Freunde. Ihr müsst nur gucken, dass ihr mich findet, Freunde. Also ja, ihr könnt mich ganz normal auf der PS4 finden, Freunde. Und ja, Freunde. Damit du vielleicht auch mit mir mal, ähm, ja, zocken kannst, wenn ich ein Video mache, Freunde. Ja. So, wir haben erstmal hier ein paar Bugs. Und dann können wir die hier reintun, Freunde. Und haben ein Auto. Und Freunde, dieses Spiel ist richtig geil. Und Freunde, wenn es einer von euch ist, der hilft mir hier gerade, ein bisschen Pizza auszuteilen. Ja, Freunde. Genau der hier. Der hier, Freunde. Es könnte auch einer von euch sein. Aber was wollen wir jetzt hier für eine Pizza aufliefern? Die hier, würde ich sagen. So. Ja, ja, gut. Holen wir uns die Pizza. So. Ich habe jetzt ein Auto einfach gestohlen. Haha. Tschüss. Tschüss. So. Er hat auch ein Auto wieder gefunden, Freunde. Und deswegen müssen wir gleich mal los. So. Hat zwar gerade gar nicht geguckt, wo ich hin muss. Ja, Freunde. Das wird das was Komplizierte. Wo muss ich hin? Ich glaube, wir müssen nochmal zurückgehen und nochmal gucken, wo ich hin muss, Freunde. Ich glaube, das schaffen wir niemals mehr mit der einen Pizza-Freund. Wir müssen uns gerne nochmal eine neue schnappen. Ah, okay. Zwölf. Dann nehmen wir jetzt hier mal die 13 dazu. Schau, die hier. Bam. Haben wir uns eine neue genommen. Und gehen gleich mal zu 13. Ja, Freunde. So. Und, Freunde, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr mit mir zocken möchtet. Das ist eure Entscheidung, ob ihr mit in die Kommentare schreiben wollt. Und mit mir mal zocken wollt. Vielleicht mit sowas, was ich hier gerade mache. Ja, Freunde. Also gerne. So, das sollte es sein. Hallo. Juhu. Wir haben 14 Kreuz bekommen. Geilo. So, müssen wir gleich wieder zurück. Zur Pizzeria. Waschrichtung. Und drehen. Boom. Haben wir ja das ganze Ding auch schon. Hey, da ist euer und mein Zuschauer, Freunde. Wuhu. So. Ja. Jetzt brauchen wir die neue Pizza. So. Nehmen wir doch mal die Nummer 12. Ich weiß, die hatten wir schon einmal, aber da ist schon die Zeit fast aufgelaufen. Und deswegen, ja. Und das war nochmal die Nummer 12. Ja, genau. Hatten wir ja gerade schon gesagt. So, Nummer 12. Gehen wir auch gleich mit. So. Nummer 12. Müssen wir gleich mal wieder zur Straße hingehen, Freunde. So. So. So, hier geht's gleich lang. So. Das ist, warte. Hier ist doch die Nummer... Ne, hier ist nicht die Nummer 12. Aber hier müsste sie irgendwo sein, Freunde. Hier auf jeden Fall nicht. Oh no, die Pizza wird immer kälter. Wir schaffen das niemals. Wir freuen, wir dürfen nicht mehr die Nummer 13. 12 nehmen. Ja, wir dürfen nicht mehr nehmen, Freunde. Merke ich das für nächstes Video. Okay. Jetzt wird's schon wieder knapp. Wir haben sogar einen Zorn. Ne, wir können gleich eine neue nehmen, Freunde. Mein Auto ist auch nicht... Das ist gar kein Auto, das ist eher ein Fahrrad. Das ist nicht sehr besonders schnell. Er könnte uns vielleicht mal helfen und ein Auto abgeben, ey. Ja, Freunde. Ja, Freunde. Ja. Dann nehmen wir jetzt mal Nummer 6. Nummer 6. So. Die Nummer 6, Freunde. Jetzt nehmen wir unser Auto. Gehen zu Nummer 6. Hallo. What? Er hat das Spiel verlassen, aber egal. So, Freunde. Ja. Wir hatten die Nummer 6. Hier müsste es auch sein. Irgendwo. Nein. Nein. No. Oh nein, die Pizza. Wo ist denn die Nummer 6? Wir müssen nochmal nach hinten gucken. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Das kann ja mal sein. Das ist die Nummer 9. Da ist die Nummer 6. Hä? 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 Ach so. Das ist doch nicht ihr. Aha. Da muss ich ja zu Level 12 hin. Okay. Wir können uns gleich die Exaktion zu schnappen, Freunde. So. Boom. Durch das Autofahren ist immer gut für das Fahrrad. So. Und so. Hm. What? Dann könnte es auch sein. Ach nee. Wir machen jetzt mal Haus 4. So. Boom. Jetzt schnell los. Damit wir keine Zeit vergessen, Freunde. So. Nummer 6, Freunde. Wir müssen mit mir. Was für eine Nummer egal. Ich schaffe das schon irgendwie mit euch, Freunde. Duh, du, 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 du. Duh, du, 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 du. Duh, du, 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 du. Duh, du, 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 du. Nicht so. Oh nein. Warum wird die Pizza so schnell kalt? Das ist doch unrealistisch, ey. Das geht doch gar nicht, dass die Pizza so schnell kalt wird. Okay, was, nur 6? Oh, scheiße. Die bekommt jeden Tag 100 mal Pizza geklungen. Die sind da so ein Wasser. So, Freunde. Hier ist auch nur Nummer 1. Ja. Wow. Duh, 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 duh. Was war das, Freunde? Was? So, Freunde. Ja. Boom, bam. Weg damit. Und weg damit. Oh, es war Nummer 4. Okay. Nummer 4. Nummer 4, Pizzikus. Nummer 4. Okay. Dann merken wir uns auch jetzt die Nummer 4. Hofft mir Glück, Freunde. Zählt mir die dann nach oben. Nummer 4. Oh. So. Das sind wir noch lange waren. Nummer 4. Ja. Ah, nee. Das sind wir schon ein bisschen zu weit gefahren. So. Jetzt. So. Mmh, wir haben kohle für uns. So. So, Freunde. Jetzt kommen wir uns gleich die nächste Pizza. Boom, bam. Ähm, ja. Nimm jetzt mal die Nummer 13. So, Freunde. Boom. Wow. So. Nummer 13, Freunde. Da, 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 da. Ja, Freunde. Da müsste irgendwo die Nummer 13 noch sein. Ist nur ein bisschen kalt, Freunde. So, wird immer heißer. Nummer 13. Customer, hello. What? Is that my pizza? Customer. Ja. Okay. Gut. Nix für Zaufs geliefert. So. So, Freunde. Bam, bam, bam. Und, Freunde, die nächste Folge von meiner wird heute rauskommen, Freunde. Also, seid schon mal wieder gespannt, Freunde. Ja. So. Okay. Zu Nummer 6. Du, 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 du. Was wollen eigentlich die? Was wollen die eigentlich, Freunde? Ja, jetzt müssen wir uns mal sputen, bevor die Pizza wieder kalt wird. Okay, jetzt schon kalt, Freunde. Sie wird richtig kalt sein, wenn wir angekommen sind. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nein! Das war doch Nummer 6. Mann, ich finde es so vergesslich. Manchmal. wir können einfach nicht freuen es war nummer ich hatte ja recht mit nummer 6 kann es sein freunde aber ja das war's auch schon mit dieser folge ich hoffe es hat gefallen liken abonnieren und die klare aktivieren tschüss und nicht vergessen freunde wenn ihr mit mir auch mal zocken und youtube machen wollt dann tschüss